hello sehr und herzlich willkommen zum neuesten video mikro city steht hier auf den planen ein spiel in einer kleinen box aber ihr seht eine menge an material das ist finanziert worden in der spiele schmiede von giant rock dann umgesetzt als deutsche version ist ein spiel vornehmlich vielleicht als solospiel konzipiert ich glaube das war der grundgedanke es gibt aber einen kooperativen modus der sehr ähnlich zum solo modus ist das heißt wenn ihr das spiel solo spielen wollt könnt ihr trotzdem hier von mir jetzt die regeln sehen denn da ändert sich nicht so viel und es gibt noch die möglichkeit das spiel kompetitiv zu spielen dafür sind diese karten von bedeutung kompetitiv ihr kennt meinen kanal es geht um kooperative spiele werde ich euch nicht erklären das heißt diese karten werdet ihr jetzt in der folge nicht mehr sehen bei dem spiel geht es darum wir errichten eine metropole und müssen dafür verschiedene gebäude abschnitte abschließen die gebäude sehen wir hier oben ich möchte euch jetzt erst mal ja so ein bisschen das material vorstellen dass wir auf die karten eingehen denn das ist wichtig um dann halt zu verstehen wie die regeln ablaufen das ist kein kompliziertes regel konstrukt hier oder was auch immer aber erst mal die karten kennen denn ihr seht karten sind der hauptmechanismus wir haben zwar auch würfel wir haben hier ein paar steinchen aber das meiste spielt sich auf den karten ab also gucken wir uns als erstes die ganzen karten mal im detail an so das herzstück des spiels dort wo wir dann auch später unsere spielfiguren lang bewegen werden sind diese karten hier die sogenannten bezirke die aus jeweils vier stadtvierteln bestehen ihr legt am anfang des spiels immer so ein zweimal zwei raster wie hier aus ja also da habt ihr schon mal so ein beispiel dabei gibt es die karten von 1a und auf der rückseite dann 1b das heißt alle karten im spiel die diese bezirke haben haben immer eine rückseite dass die verbesserte seite das heißt beim spielaufbau müsst ihr darauf achten dass ihr immer die a seite nimmt die karten 1a 2a 3a 4a mit der rückseite mit dazu das sind die die an sich beim grundspiel dabei sind dann gibt es noch eine karte 8a die wird in den regeln nicht so richtig mit benannt ich glaube aber die gehört eigentlich auch mit dazu denn sie erfüllt eigentlich auch die ganz normalen bedingungen ist aber nicht mit aufgelistet aber auch nicht bei den kleineren erweiterungen so gehen wir mal auf die kleineren viertel ein denn da gibt es insgesamt fünf stück im hauptspiel gibt es nur drei arten also müsst euch gar nicht so viel merken die eine art sind die sogenannten industriegebiete die sind zum einen hier orange hier wird stahl produziert dieses türkis nenne ich es mal dort wird wald oder holz produziert und dann haben wir hier noch die möglichkeit ich schätze mal kohle soll das darstellen das sind die baumaterialien die drei baumaterialien in diesem spiel und die werden in diesen industriegebieten erzeugt dann gibt es gewerbegebiete diese sind blau gestaltet und egal wie sie gestaltet sind ihr seht hier ist auch immer wieder das gleiche abgebildet dort können wir waren tauschen verkaufen also baumaterial tauschen und verkaufen dann gibt es noch rot hier im hauptspiel das sind die wohngebiete die sind wichtig weil nur dort können wir entweder geld generieren oder durch die sogenannte verbesserte oder erweiterte möglichkeit können wir dann an dem gebäude weiter bauen denn das ist ja am ende unser ziel so durch die erweiterung kommen noch zwei neue arten mit rein auf der einen seite hier die logistik das ermöglicht die das zurücknehmen von investitions markern oder kauf von baumaterial was das ist das erkläre ich auch später aber ist mit der farbe lila und dann haben wir hier grünen parks die haben die besonderheit diese darf kein ingenieur betreten als auch das gucken wir uns dann später noch mal an aber so wisst ihr mit den erweiterungen gibt es insgesamt fünf verschiedene stadtviertelarten kommen wir zu den gebäudekarten ich habe ja gesagt gebäude bauen das ist unser zentrales ziel und dazu gehört eigentlich erst mal diese karte wenn ihr das spiel das erste mal spielt das absolut empfohlen nimmt die a seite und das zeigt an was gebaut werden soll das ist ein gewöhnliches hochhaus das ist dann schon die b seite doch ein bisschen komplexer und dann später im herausforderungsmodus gibt es noch andere karten wie diese hier die dann ja vor allem dafür gedacht sind euch ja eine große herausforderung zu bringen das sind so wahrzeichen der eiffelturm ist mit dabei empire state building et cetera ich glaube hier die opa in sydney soll das sein oben angegeben ist die spielzeit je nachdem für was ihr euch entscheidet ob leicht mittel oder schwer und hier seht ihr noch wenn hier zahlen drin sind ihr seht hier sind keine drin dann bedeutet das dass diese stufen nacheinander gebaut werden müssen also erst stufe eins dann zwei drei vier hier habt ihr noch die wahl zwischendrin die sind alle doppelseitig das heißt ihr habt ja einiges an auswahl aber ihr habt in jeder partie immer nur ein gebäude welches gebaut werden muss das heißt ihr habt da auch echt viele möglichkeiten für die widerspielbarkeit kommen wir also zu den projektkarten die projektkarten sehen so aus und das sind an sich sechs verschiedene die gibt es doppelt aber den zweiten satz brauchte nur für das kompetitive spiel das heißt in solo und im koop modus spielte nur mit einem satz karten das heißt die anderen karten könnt ihr dann eigentlich packen wenn ihr nicht kompetitiv spielen wollt wie sind diese karten aufgebaut oben links steht drauf wie viele felder ein ingenieur sich bewegen muss was das alles heißt da kommen wir später zu aber das wie gesagt gibt die bewegungsreichweite an hier steht die normale aktion das ist die kostenlose aktion die man immer durchführen kann wenn man so eine karte spielt also das in weiß und hier ist ein würfel abgebildet und ihr seht wenn wir hier mal durchgucken da sind alle augenzahlen einmal vertreten und dazu steht eine weitere aktion das ist die verbesserte form diese verbesserte aktion können wir machen anstelle von dieser wenn wir einen würfel mit der vier in dem fall oder hier der drei oder dort der fünf aufgeben oder hier besser sagt einsetzen dann können wir diese verbesserte variante nutzen die meist mächtiger ist und manchmal sogar sehr wichtig für das spiel insgesamt wenn ihr spiel ein bisschen leichter machen wollt gibt es diese karte hier mit drin die könnt ihr noch mit dazu nehmen hier ist ein x drauf abgebildet das heißt ihr habt könnt ihr einen beliebigen würfel nehmen das macht die sache wie gesagt einfacher aber es im grundkonzept eigentlich nicht mit drin da habt ihr nur diese sechs projekt karten so kommen wir zu den vorletzten karten dann haben wir das eigentlich auch alles mit abgehandelt nämlich es gibt diese großen karten hier in dieser version ich glaube auch das ist crowdfunding exklusiv nämlich die sind eigentlich von der grundstruktur sehr identisch nämlich das sind die sogenannten firmen karten gibt es zwei stück von für jeden spieler und auf diesen können wir dann am ende unsere ressourcen tracken also hier sehen wir kohle stahl holz und gold und hier ist es genauso bloß einfach ein bisschen schöner und größer und dann haben wir hier halt diese mibel in der tüte machen wir mal schnell auf so dann könnt ihr hier den goldmarker dorthin setzen und holz dann hierhin und damit trackt ihr dann am ende die ressourcen dafür sind diese karten eigentlich gut und zu guter letzt haben wir dann als karten oder eigentlich können wir die noch mit dazu nehmen hier das ist der zeitsteinmarker dort legen wir die die siegpunkte drauf auf dieser seite das ist vor allem dann für den kompetitiven modus wichtig nämlich im kooperativen modus ist eigentlich die seite wichtiger für uns nämlich der aspekt der zeit denn hier wird angegeben wie viele runden wir zur verfügung haben ja und das sieht man hier auch sehr schön langer modus dort muss man a plus b bauen also die vorder- und die rückseite bei den gebäuden wenn wir jetzt hier die gebäudekarte noch mal nehmen ja und b seite im langen modus aber wir können auch einen schnellen modus spielen und hier wird uns dann je nach schwierigkeitsgrad angegeben wie viel runden wir dafür zeit haben das heißt damit macht ihr am anfang also konzipiert ihr euer spiel zusammen und hier sind noch mal so die aktionen mit drüber und die verschiedenen symbole ja also das sind grundsätzlich alles die karten so dass uns zu guter letzt eigentlich nur noch die mibel überbreiten unsere ingenieurfiguren diese bewegen wir jede runde über die verschiedenen stadtviertel wir dürfen sie nur orthogonal bewegen das heißt nicht diagonal und sie dürfen niemals an ihrem ursprungsort also dort wo sie runde gestartet haben wieder in eigentlich eine ganz einfache regel und dann gibt diese häuschen da gibt es acht in rot acht im blau das sind sogenannte investitionsmarker die setzen wir im spiel ein um ja viertel zu besetzen oder halt gebäudeabschnitte zu platzieren also wenn wir einen abschnitt hier bei so einem haus bauen stellen wir dann hier auch ein haus drauf ist wichtig weil das für uns auch ein tracker ist der das spielende mit einleiten kann ja und dann gibt es noch die würfel zwei rote zwei blaue die werden eingesetzt um halt diese verbesserten aktionen auszulösen und würfel nutzen heißt immer sie aus dem würfel vorrat rauszunehmen das heißt wenn man hier die fabrik der firmenkarte schön hat man hat sich für zwei würfel entschieden wichtig ist beim spiel kooperativ ist nicht wichtig welche auch welche farbe die würfel haben ja und man sagt jetzt man nutzt diesen würfel auf irgendeiner karte dann werden sie nach rechts gelegt links ist dieser würfel pool das ist von daher wichtig wenn ihr nämlich in einem spielzug nicht einen der würfel einsatz also beide hier im vorrat bleiben dann bekommt ihr als belohnung ein gold dafür ja so dass man sich das dort merken kann alles klar jetzt kennen wir die karten kommen wir zum spielaufbau so der spielaufbau variiert ein bisschen zwischen den varianten wie gesagt ich zeige euch jetzt den für den kooperativen modus ist bei solo aber nicht so ganz anders ganz am anfang legt ihr hier ein raster aus aus zwei mal zwei da nehmt ihr die karten von eins bis vier ich bin der meinung die acht könnte auch mit dazu nehmen wenn er jetzt auf nummer sicher gehen wollte nehmt da eins bis vier das steht auch so ganz klar in den regeln mit drin und ordnet die zufällig an wichtig ist dass die a seite da steht hier in der mitte nach oben zeigt die b seite ist wie gesagt die verbesserte dann nehmt ihr eure ingenieure hier ist der rote spieler dort der blaue und platziert sie auf einem beliebigen feld das kann auch gerne das gleiche sein können aber natürlich unterschiedliche sein da habt ihr eine freie wahl wir legen acht investitionsmarker einer farbe ich habe mich zu rot entschieden hier an die seite die anderen brauchen wir an sich in diesem spiel nicht jede firma startet mit zwei gold ich habe den tracker hier schon mal bei beiden auf zwei gemacht die baumaterialien die anderen drei ressourcen sind bei null dann entscheiden wir uns für eine gebäudekarte wir machen hier das einstiegsspiel und bauen das gebäude a das nehme ich jetzt einfach mal und das würde ich euch auch empfehlen wenn ihr das spiel das erste mal spielt denn einfach ist es wahrlich nicht und dann nehmt ihr noch hier die vier würfel ein set wie gesagt von den projektkarten also da sind alle sechs mit drin und wenn das halt einfacher machen wollt könnt ihr diese siebte dort noch mit einsortieren so jetzt guckte hier noch bei der schwierigkeit und wir sagen wir spielen a auf leicht das heißt wir haben insgesamt zehn runden zeit das zu schaffen um ja dort halt gesagt unser ziel zu erfüllen so das spiel läuft über mehr runden die dort oben ja mit angezeigt sind und hat immer vier phasen in jeder runde die erste phase ist die sogenannte vorbereitungsphase dabei nehmt ihr die ganzen w6 und würfelt so und jetzt könnt ihr zusammen besprechen wer welche würfel bekommt die farbe ist total egal hierbei das hat halt bedeutung mit welche karten man am ende benutzen will denn wir unten haben wir ja diese symbole drauf die hat die besonderen effekte triggern machen wir jetzt einfach mal so dass dieser spieler die eins und drei bekommt und der die eins und fünf und der rote spieler fängt jetzt beispielsweise an hier ist unser würfel vorrat gesagt das ist wichtig wenn wir keine würfel genutzt haben sollten in unserer runde bekommen wir halt ein gold als belohnung dafür nutzen wir die würfel dann legen wir sie auf diese seite dann rüber so in dieser vorbereitungsphase haben wir aber noch andere möglichkeiten wir können nämlich die würfel manipulieren wir können den würfelwurf um plus eins erhöhen also hier auf eine vier oder reduzieren auf zwei wir können auch die eins um eins reduzieren kommen dann auf die sechs also wir haben hier die möglichkeit auch um zu gehen und es geht natürlich auch in die andere richtung was müssen wir dafür machen entweder eine ressource ausgeben die hätten wir hier am anfang nicht oder zwei gold das wäre möglich dafür könnten wir dann einen würfelwurf manipulieren was können wir noch machen wir können ein baumaterial ausgeben genauso wie eben können wir jetzt gerade nicht mal aber könnten wir halt um ein investitionsmarker der hier auf einem der felder liegt wieder wegzunehmen warum das wichtig ist da komme ich gleich bei den regeln zu oder halt auch wieder zwei gold dafür aufwenden also gleicher kostenfaktor wie bei der manipulation oder wir können baumaterial verkaufen ja ein stahl verkaufen zum wert für ein gold egal welche ressource dass sie ist diese möglichkeit haben wir auch in der vorbereitungsphase sowohl manipulation der würfel wie investitionsmarker wegnehmen und auch der verkauf von ressorten das können wir beliebig oft machen wichtig ist jedes mal müssen wir das bezahlen können also so oft wie wir es bezahlen können können wir das hier auch machen so und jetzt legen wir uns fest wer anfängt wie gesagt wir sagen hier der rote spieler fängt an und der erhält jetzt alle projektkarten auf seine hand und geht damit über in die projektphase auch die projektphase ist eigentlich ziemlich simpel denn der spieler hat im grunde genommen zwei möglichkeiten möglichkeit a ist er spielt eine dieser karten und er kann entweder kostenlos diesen effekt nutzen der hier unten drauf steht in also in weiß drauf steht beispielsweise nehmen wir mal den hier nimm ein haus von einer von einem beliebigen bereich zurück ja das wäre jetzt wenn wir jetzt hier wieder ein haus stehen hätten wäre halt hier die möglichkeit wieder so ein investitionsmarker zurückzunehmen ja oder hier mit einer drei könnte man ein geld in eine kiste kiste heißt beliebige ressource also beliebiges baumaterial von den anderen dreien aus wählen ja also wie sagt das das ist die kostenlose möglichkeit dir zur verfügung hat zunächst aber wenn ihr so eine karte spielt also ich für die variante a entscheidet dann müsst ihr euren ingenieur zwei felder bewegen das könnt ihr nur auf diese benachbarten felder ihr könnt es nicht diagonal machen und ihr dürft nicht den und den machen ihr dürft nicht auf dem feld enden ich lege mal wieder hin sieht man immer besser auf dem feld enden auf dem wir gestartet zeit also beispielsweise machen wir mal hier 12 geht auch dort hin und dann haben wir halt die möglichkeit nachdem wir uns bewegt haben diese aktion auszuführen also für ein gold eine beliebige ressource machen wir jetzt einfach mal macht den und zahr kriegt dafür eine kohle ja so das wäre seine eine möglichkeit er könnte aber auch noch seinen würfel einsetzen den sozusagen hier unten drauf legen oder dann halt symbolisieren dass er den genutzt hat und dann könnte er für ein gold etwas bauen und bauen ist ja essentiell in diesem spiel nämlich bauen heißt dass wir hier ein dieser schritte vollziehen können würde jetzt bei ihm keinen sinn ergeben weil er noch nicht die ressourcen da werdet ihr bräuchte zum beispiel kohle und holz das heißt diesen würfel würde nicht einsetzen ich wollte euch nur mal ein beispiel zeigen also ganz einfach wenn er sich dafür entscheidet eine karte zu spielen erst bewegen und dann überlegen ob man die kostenlose aktion nimmt oder die mit dem bonuswürfel der spieler hat aber auch die möglichkeit zu sagen nein ich möchte das nicht ich möchte keine karte spielen dann muss er sich auch ein feld bewegen also er darf wie sagt er nicht enden könnte zum beispiel sagen geht dort und die möglichkeit die er dann hat alle abgelegten karten also alle gespielt worden sagen wir mal dieser pool wurde schon gespielt er hatte nur noch die drei karten auf der hand nehme ich ihr kriegt die nicht wieder am ende der runde nur so kriegt ihr die karten wieder indem ihr sagt okay diese runde spiele ich keine planungskarte oder projektkarte und dann erhaltet ihr alle wieder auf die hand zurück das heißt das ist auch eine taktische variante und überlegung immer wieder jede runde wann nehmen wir die karten wieder zurück um halt bestimmte spezielle effekte nutzen zu können so nachdem sich der spieler nun also entschieden hat eine projektkarte zu spielen oder keine zu spielen kommen wir in die dritte phase und das ist die investitionsphase das kann man nur machen wenn ein ingenieur sich in einem viertel befindet in dem kein haus liegt also hätten wir mal in unserem beispiel hier liegt das haus der ingenieur hier geendet würde diese investitionsphase direkt übersprungen werden so jetzt liegt er aber hier auf diesem kohlefeld so was ist jetzt auch wieder ist wirklich total simpel nämlich ihr habt zwei möglichkeiten wieder entweder ihr nützt die normale aktion die wird immer oben links angezeigt in dem fall würde das heißen hier eine kohle generieren wir hätten ja das beispiel habt dass er die karte jetzt nicht gespielt hätte würde dann somit hier eine kohle erhalten oder wenn er den passenden würfel hätte in dem fall hat er den leider nicht aber angenommen er hätte die fünf könnte er die fünf hier einsetzen und statt einer kohle würde zwei kohle bekommen das ist bei den industriezentren einfach beim holz läuft das genauso und beim stahl auch sind bloß immer halt andere augenzahlen die ihr dort mit angeben müsst so bei den gewerbegebieten wenn er jetzt auf blau geendet hätte steht dort oben eigentlich auch ganz einfach erklärt eine ware für eine andere ware tauschen das heißt aber hier wirklich nur baumaterialien und nicht gold und ihr kriegt ein gold noch dazu also hier steht auch noch mal drauf plus ein gold also ware für ware tauschen plus ein gold dazu bekommen oder wenn ihr eine viel hier einsetzt könnt ihr eine ware tauschen und kriegt zwei waren im austausch das heißt ich könnte ja eine kohle ausgeben und würde zwei holz bekommen gute möglichkeit oder auch ein holz und stahl also ressourcen nach wahl plus ein gold zusätzlich also ihr seht wenn man die würfel einsetzt kriegt man meist die boni mit man muss aber halt auch die passende augenzahl haben und deshalb guckt man natürlich auch wie man hier vorankommt und mehr als einfällt voran kommt ihr halt nur mit diesen beiden karten hier könnte zwei felder gehen und zwei felder sonst ist es ja nur einfällt dass sie insgesamt auch mit diesen karten nur geht das heißt ihr werdet hier keine verrückten laufaktionen in summe haben so und dann haben wir noch die wohngebiete hier ist es auch ganz einfach wenn man drauf steht kostenlose aktion ist zwei gold zu erhalten oder wenn man den würfel hat also in dem fall die 1 hier einsetzen punkt erlaubt durch eine bauaktion ist der bauhammer drauf deshalb die wohngebiete sind von daher auch sehr wichtig und dann ist die investitionsphase auch schon wieder rum so und damit kommt ihr dann in die abschlussphase und die ist auch wieder total simpel nämlich ihr guckt liegt in eurem viertel in dem ihr zeit keine investitionsmarker kommt ein häuschen als investitionsmarker hinein könnt ihr keinen mehr platzieren weil der vorrat leer ist habt ihr das spiel verloren deshalb seid ihr immer interessiert diese investitionsmarker auch wieder rauszunehmen so wenn einer schon drin liegt müsst das nicht machen dann ist gut wenn einer nicht drin liegt legt da einen rein als nächstes rückte den zeitstein vor würde der zeitstein hier von der eins auf die null fallen hättet ihr das spiel verloren so und zu guter letzt checkt ihr noch habt ihr hier die w6 eingesetzt oder nicht liegen beide hier noch bekommt ihr ein gold so und alle projektkarten die ihr jetzt nicht eingesetzt habt also beim ersten spieler beispielsweise hätte jetzt eine eingesetzt übergibt man jetzt den blauen spieler und jetzt macht der blaue spieler genau das gleiche mit der ausnahme nur es wird nicht nur gewürfelt er muss mit den würfeln arbeiten die er hier bekommen hat insgesamt im spiel ist es so die w6 können beide manipulieren also auch wenn ich nicht dran bin kann ich die w6 von ihm manipulieren aber was wir nie machen dürfen ist ressourcen zwischen uns tauschen das geht wirklich nur über diese aktionsfelder der stadtvorte das sind die regeln von micro city also ihr seht nichts verrücktes ich gehe noch ganz kurz auf die erweiterung ein die machen nichts groß verrückt aber damit ihr wisst was da noch so reinkommt an spiel möglichkeiten so die erste möglichkeit die ja dann wahrscheinlich auch als erstes mit ausschöpfen werdet sind natürlich die verschiedenen gebäudekarten denn die sind dann doch ein bisschen komplexer als dieses gebäude was ihr da am start habt das heißt hier könnt ihr dann diesen herausforderungsmodus wie es in den regeln heißt starten und dann halt auch je nach schwierigkeitsgrad das für euch anpassen also die gebäudekarten dann haben wir diese erweiterung die ich am anfang schon erwähnt hatte mit dem logistik zentren dort haben wir die karten 5 6 und 7 die könnt ihr mischen und dann wird eine karte hier ersetzt und durch eine mit dem logistik zentrum ersetzt welches wir dort unten haben ja und dort könnt ihr deshalb ist das x hier angezeigt einen beliebigen w6 einsetzen um entweder zwei investitionsmarker zurückzuholen das natürlich super mächtig oder ein gold gegen zwei baumaterialien austauschen zu können genau also da müsste eigentlich nur beim spielstart das beachten wir die karten dort mit rein bringt so dann gibt es noch die möglichkeit schiebe ich das mal nach drüben ich würde sagen dass eigentlich so die größte erweiterung nicht die hafen erweiterung dann wird dieser hafen hier mit angegliedert der hafen ist von beiden feldern zu betreten und ist ein einziges viertel wir können aber nicht von hafen zu hafen wechseln müssten also hier außen rum gehen in der spielvorbereitung würden wir zu den investitionsmarkern die wir sowieso noch haben vier weitere halten da müsst ihr dann welche von der anderen farbe nehmen denn es gibt halt nur acht investitionsmarker pro farbe und ihr würdet die spielzeit um 10 erhöhen also in unserem einstiegsszenario wären das dann 20 runden das heißt ihr merkt ihr müsst ja mehr erfüllen nämlich den häfen gibt es verschiedene verträge das durch dieses vertragsymbol gezeigt dort seht ihr dass ihr dort verschiedene waren abgeben müssen ihr könnt ihr aussuchen was ihr nehmt plus ein gold zum beispiel bei zwei und ihr müsst halt um das abliefern zu können auch hier diese würfel zahl damit dazu haben also da merkt ihr warum ihr auch zehn runden insgesamt mehr habt ihr könnt den hafen aber auch nutzen nämlich ihr könnt eine aktion ausführen um ein baumaterial zu zwei gold umzuwandeln ja und die verbesserte variante wie sagt mit würfeln ermöglicht euch überhaupt diese verträge abzuschließen so und dann die letzte erweiterung die wirklich in allen spielen noch mit dabei ist ist die parkerweiterung ganz ähnlich wie mit den gewerbegebieten entschuldigung mit dem logistikzentrum ist es so diese karte wird am anfang mit eingemischt der park ist von daher besonders kein ingenieur darf diesen park betreten wenn jetzt aber am ende in der abrechnungsphase in der abschlussphase hier angrenzen zwei investitionsmarkt also mindestens zwei liegen können auch gerne vier sein dann bekommt ihr ein gold noch als bonus obendrauf ja also der park ändert grundsätzlich auch nicht so viel so und dann ich glaube das war jetzt eine crowdfunding spezialsache gibt es diese erweiterung mikro wheel wo hier ja so ein stadt gewissermaßen vorgegeben ist habe ich mir noch nicht im detail somit angeguckt aber da habt ihr halt denn die möglichkeit solo und kooperativ wird ja immer schön beschrieben oder auch kompetitiv noch mit rein zu gehen aber ihr seht hier verändert sich von den regeln auch nichts grundsätzliches alles klar das waren die regeln von mikro city kommen wir jetzt zu den stärken und schwächen so fangen wir wie gewohnt mit den stärken an cool finde ich dass wir hier in dieser kleinen box am ende drei spielmodi haben wir haben den solo modus in korb modus die ja ähnlich sind also an sich die corp regeln auf die solo regeln aufbauen und dann halt so ein zwei sachen noch verändern damit man zeit kooperativ spielen kann und dann noch mal der kompetitive modus wo andere karten mit reinkommen zum kompetitiven modus kann ich euch aber nicht sagen habe ich nicht gespielt das heißt meine kritik in hinsicht von stärken und schwächen bezieht sich jetzt eher darauf auf halt diesen so schräg schräg kooperativen modus aber ich finde es gut dass hier ja drei modi zur verfügung stehen und auch dass viele unterschiedliche gebäude dabei sind haben die opel von sydney die man bauen kann den eiffelturm also das steht jetzt nicht da aber man erkennt zeit an der grafik oder empire state bilden also verschiedene gebäude und schön finde ich auch dass hier gleich drei erweiterung mit dabei sind und genau genommen sind sie eigentlich sogar vier denn mikro will das noch dabei und ich habe im video noch gesagt mikro will habe ich nicht gespielt jetzt habe ich danach gespielt und mikro will macht richtig spaß weil es noch mal sich ein bisschen anders spielt von von seiner art und weise her das waren wir sehr erfrischend als wir das gespielt haben und meine lieblings erweiterung ist auch die hafen erweiterung die erweitert das spiel um zehn runden ja auch noch mal also was ich angenehm finde dass dann noch mal ein bisschen mehr zeit ist denn gerade auf den größeren schwierigkeitsgraden bei manchen gebäuden hat man einfach so wenig zeit dass wirklich alles optimiert werden muss und optimiert ist das richtige stichwort also ich sage mal das spiel ist für leute etwas die optimier spiele mögen mit einem hohen grad an planbarkeit denn die glücksfaktoren die jetzt hier gewissermaßen dazu kommen sind ja die würfel würfe ja das ist an sich der glücksfaktor den wir haben denn alles andere ist eigentlich vorhersehbar und planbar und die geben uns ja meisten boni das war halt doppelt so viele ressourcen kriegen oder ja bestimmte karteneffekte noch mal triggern können und da muss man auch sagen auf dem hohen schwierigkeitsgrad ist es ohne gut zu würfeln eigentlich kaum möglich aber da kommen wir gleich bei den schwächen zu also tendenziell bis sage sage ich mal ein spiel für freunde die gerne optimieren denn das steht hier klar im vordergrund und da kommen wir zu den schwächen und bleiben wir gleich mal bei dem aspekt dieses optimieren also leute die das nicht mögen die in hohen glücks und zufallsfaktoren spielen haben wollen die man natürlich auch also glück und zufall sind in meinen augen wichtige aspekte um spiel spannend zu halten darf auch natürlich überhand nehmen weil dann habe ich ja keine chance mehr dann wäre ich nur noch gespielt aber optimieren hat halt hier seinen fokus und wer jetzt sagt er mag diese optimieren spiele nicht wo man das so sehr sehr durchdenken muss oder optimieren muss um eine chance zu haben der wird hier nicht glücklich mit denn vor allem auf den höheren schwierigkeitsgraden muss jeder zug passen und das ist teilweise so schlimm auf den höchsten schwierigkeitsgrad dass du wirklich perfekt würfeln muss um das überhaupt zu schaffen und ich weiß nicht klar kannst du sagen es der höchste schwierigkeitsgrad ja aber wenn es dann wirklich nur mit glück machbar ist und nicht wir reden jetzt nicht von einem würfelwurf sondern eigentlich jede runde müssen alle würfel optimiert sein damit das funktioniert ja finde ich schwierig grundsätzlich haben wir hier auch was mir seit langem mal wieder aufgefallen ist jetzt auch mit den verschiedenen konstellationen wo ich zu zweit gespielt habe mit verschiedenen spielern dass das spiel doch auch wieder eins ist was sehr eiferspieler anfällig ist und das liegt an diesem optimierungs aspekt ich glaube das ist oft vielleicht so ein aspekt von von kooperativen spielen dass man ihnen diese eiferspieler anfälligkeit anlassen kann wenn man sie ganz stark optimieren muss weil dann ist natürlich der erfahrene spieler immer wieder geneigt zu sagen ne pass auf wir müssen das so und so machen und lässt den anderen nicht auch mal entscheidungen treffen weil man selber der meinung ist nee das ist jetzt der optimale weg und so hat es vorhin geklappt und so machen wir es jetzt wieder vielleicht ist das so ein punkt dazu also für eiferspieler anfällige gruppen oder paare ist ja keine gruppe sondern ein paar spiel wenn dann ist das spiel dann eigentlich auch nichts ja aber und für mich jetzt der der größte kritikpunkt liegt aber eigentlich in der abwechslung das spiel funktioniert und es macht mir spaß okay aber wenn ich jetzt ein gebäude gebaut habe spiele ich vielleicht noch mal das zweite gebäude und spätestens beim dritten gebäude fällt mir auf dass ich eigentlich immer wieder gleich spiele denn auch wenn die gebäude irgendwie unterschiedlich sind und das ist mal diesen anführungszeichen höhere schwierigkeit gibt dass man bestimmte baustufen in der richtigen reihenfolge bauen muss und nicht wahllos oder was auch immer grundsätzlich spielt man am ende immer wieder das gleiche konzept wir sammeln ressourcen müssen aufpassen dass wir nicht zu viel von diesen investitions markern haben müssen das dort optimieren und es ist ein kleines spiel in einer kleinen box und ist vollkommen in ordnung und das spiel funktioniert und das ist einfach das wichtigste aber der widerspiel reiz ist für mich eigentlich so gut wie nicht gegeben wenn ich da am abend da zwei partien gespielt habe dafür ist es auch mit der spielzeit vollkommen in ordnung die regeln sind gut verständlich und knackig und das geht los und spielzeit ist angenehm aber erwartet hier kein spiel wo sich jedes gebäude irgendwie anders spielt oder ein anderes szenario hat das ist ja nicht der fall ja und das würde ich euch noch mit auf den weg geben also erwartet nicht allzu viel abwechslung sondern erwartet ein spiel wo es darum geht zu optimieren das bestmögliche rauszuholen aus der ja zweimal zwei raster auslegen oder dann halt noch mit dem hafen mehr was ich ja wirklich empfehle ja das ist das spiel im kern und jetzt nicht die große abwechslung und modularität wie bei anderen spielen dafür machen diese kleine erweiterung auch nicht so viel anders sie bringen immer nur einen kleinen aspekt so mit drei alles klar das waren meine gedanken zu micro city ich wünsche euch eine schöne zeit bleibt gesund bis dahin ciao